Wenn EA die Frage stellen sollte, wie viele Erweiterungspacks für D-Sims 4 wollt ihr eigentlich noch haben, dann ist die einzig richtige Antwort ja. Könnte man zumindest meinen, auch nach zehn Jahren. Denn vor nicht allzu langer Zeit hat es sich begeben, dass es eine neue Umfrage für potenzielle neue Erweiterungspacks gab. Und die enthielt nicht drei, nicht vier, nicht fünf, sondern gleich neun neue Ideen für kommende Erweiterung. Also noch schöne zehn weitere Jahre mit D-Sims 4 oder was denkst du, Lars? Ja, also als ich diese Umfrage gesehen habe, es ist ja jetzt schon wieder einige Wochen her, dachte ich mir so, what? Was geht denn jetzt ab? Also die Sims-Entwickler haben scheinbar noch Großes vor, ganze neuen Erweiterungen, wie es Micha schon so gesagt hat. Aber in dieser Folge sind wir nicht nur zu zweit, sondern wir haben mal wieder einen Special Guest mit dabei. Und zwar Sandra, aka Anormal Disaster. Hallo, hallo. Special, special auf jeden Fall. Und die hat mich gerade zum besten Thema eingeladen. Super. Yeah. Genau, ich glaube, wir haben hier einigen Stoff für eine neue Folge Sim gehört. Und ich bin wirklich sehr gespannt, was ihr zu sagen habt. Sim gehört. Dein D-Sims-Podcast mit Micha von SimTimes und Lars von simsblog.de. Dann, liebe Sandra, für alle, die dich nicht kennen, dann stelle ich nochmal ganz kurz vor. Wer bist du, was machst du, wie lange bist du schon bei den Sims und was ist dein Lieblings Britney Spears Song? Das sind sehr viele Fragen. Also fange ich mal von vorne an. Ich bin Sandra, spiele Sims schon seit Sims 1, also seitdem es draußen ist, das Sims Franchise. Also ich bin ein ganz alter Hase. Ich habe alle Erweiterungspacks, die jemals erschienen sind, habe ich schon gespielt. Und dementsprechend, ich habe sogar ein Sims-Tattoo. Also die Sims-Liebe geht unter die Haut, auch wenn es manchmal eine Hassliebe ist, muss ich ja ehrlich mal gestehen. Und was ich so mache, ist, ich mache Content, vor allem TikTok und YouTube in Bezug zu Sims, aber auch alle anderen Lebensstimulationen, die es da draußen sind. Oder hinter diesem Fachbegriff Cozy Games, was ja heutzutage auch alles und nichts ist. Das habe ich auch in Soy in diesem Zuge gespielt. Und jetzt freue ich mich einfach, bei diesem Podcast dabei zu sein. Sehr schön. Und die Frage nach deinem Lieblings-Britney Spears-Song, bist du eiskalt um Gang? Achso. Ja, stimmt, Britney Spears. Also da fragst du mich was. Jetzt muss ich überlegen, wie diese eine, overrated, gibt es sowas? Irgendwas mit over? Overprotected. Oh, da bin ich raus. Ja, overprotected. Das. Der ist ein richtiger Banger. Ja, da stimme ich dir zu. Sehr gut. Alle Fragen sind für den Anfang geklärt. Oh, Sandra, ich habe noch einen ganz kurzen Fun-Fact, den will ich jetzt hier einfach mal so raushauen. Auf geht's. Das ist mir gerade irgendwie wieder in den Kopf geschossen. Als ich mir TikTok runtergeladen habe, kannte ich die App ja logischerweise am Anfang noch nicht so gut. Und es gibt ja zwei Reiter. Es gibt einmal den für dich Reiter und den, ja, Freunde oder den, dem man halt folgt, Reiter. Und am Anfang habe ich das oben nicht gesehen. Und immer, wenn ich in die App gekommen bin, war es auf dem Freunde Reiter. Da bin ich dann am Anfang nur dir gefolgt und dann sind ausschließlich deine Videos da aufgetaucht. Und ich war so richtig verwirrt und dachte so, hä? Jetzt besteht der TikTok-Feed nur aus deinen Videos. Hier ist ja gar nichts los auf TikTok, boah. Niemand macht so ein Sims-Content. Das ist nur die Sandra, ja. Ja, echt so. Hat mich leicht verwirrt. Verständlich. Verständlich. Aber zurück zu den Sims. Genau, wir haben schon vor dem Intro ein bisschen geklärt. Es gab eine neue Entwicklerumfrage, die ja einmal in heiligen Zeiten, ich glaube, die letzte ist jetzt bestimmt schon wieder vier Jahre her oder so. Ja, auf jeden Fall schon eine ganze Weile. Das stimmt wohl. Wurde offiziell von den Entwicklern rausgegeben an verschiedene Spieler, um so ein bisschen einzufangen, was sich gewünscht wird, was potenziell noch für neue Packs kommen können. Und es sind ja wirklich eine ganze Menge. Jetzt mal natürlich an euch erst mal die Frage. Ja, sind denn da Themen dabei? Es war tatsächlich sehr ausführlich, die euch ansprechen oder wie war da so euer erster Eindruck, als ihr die verschiedenen Themen dann überflogen habt? Also ich muss dazu sagen, mich hat das eher, also teilweise die Themen haben mich schon überrascht, aber in die Richtung, die es geht, eher nicht so. Denn man muss halt jetzt bedenken, es gibt eigentlich jegliche Erweiterungspacks für alle Themen. Ich sehe jetzt nicht wie, also verliebt beispielsweise, verliebt 2.0, was soll da drin sein? Oder Beziehungskonstrukte und so weiter. Also da haben sie schon alles sehr ausgearbeitet, auch wenn nicht gut, aber sie haben es drinne. Und ich bin immer ein Fan von Übernatürlichem. Deswegen Leben und Tod beispielsweise stehe ich auch eher positiver gegenüber. Ich sage nicht, dass es geil wird, aber ich sehe das und denke, es ist super interessant. Deswegen ist alles sowas so, ja, dieses postapokalyptische Thema finde ich super interessant, ob sie dann halt wie Zombies und so weiter da reinbringen würden. Oder halt diese Monarchie, also wie Sims Mittelalter es damals war, aber ohne Questsystem oder was auch immer Art. Würde ich halt auch super cool finden, wenn es da ein bisschen weiter eingebaut werden würde. Aber ob es das ist, was die Leute wirklich wollen, das ist die Frage. Also ich sehe hier ja beispielsweise nicht irgendwas mit Hotels oder so. Und ich glaube, Hotels ist das, wonach jeder schreit. Also so, wann kommen Hotels? Das stimmt wohl. Das sehe ich nicht. Das verstehe ich beispielsweise nicht. Also all das weiß ich nicht. Ich fände es cool, manche Themen, die sind mal ein bisschen out of the box, aber reicht das? Und da denke ich eher nein. Meine leise Hoffnung ist ja bei den Hotels, dass sie schon in Entwicklung sind und deswegen nicht Teil dieser Umfrage sind. Das ist so das kleine, woran ich mich so ein bisschen klammere. Ja, manchmal habe ich so Phasen. Und ansonsten ist mir ja dieses Apokalyptische ins Auge gefallen, weil das, glaube ich, schon seit Ewigkeiten mitgestöpft wird, dieses Thema. Ich meine, dass es bei der ersten oder zweiten Umfrage dieser Art damals vor acht, neun, zehn Jahren auch schon mal sowas Apokalyptisches gab. Und ich immer so dachte, ja, bitte setzt es um und jetzt ist es wieder aufgetaucht. Ich glaube, das ist auch das einzige Thema, was von damals nicht wirklich aufgegriffen wurde. Alles andere haben wir mehr oder weniger in der einen oder anderen Form. Von daher, Daumen sind gedrückt für was Postapokalyptisches. Das stelle ich mir ganz spannend vor. Und beim Rest, ja, es kommt halt immer darauf an, wie sie es umsetzen. Das ist immer so die ganz große Gefahr. Das Thema kann ja noch so gut sein, aber wenn sie gerade in der Phase sind, wo das Budget vielleicht etwas niedriger ist und dann so, ja, komm hier, machen wir das nochmal. Und was können wir noch von anderen Packs irgendwie recyceln und einfach anderen Namen draufschreiben, kann das handeln von bis alles Mögliche sein. Von den grundsätzlichen Ideen her eigentlich ganz spannend, so größtenteils so ein paar andere Sachen, wie jetzt hier dieses, was war's, tauche ein in eine 80er, 90er Retro-Welt, denke ich mir so. Oh Gott, nee, bitte nicht. Ja, willkommen zu Sims 2. Ja, genau, da kann ich halt irgendwie Sims 2 oder Sims 3 wieder installieren, da habe ich das auch. Danke auch. Jetzt haben wir ja irgendwie schon so ein bisschen den Elefanten im Raum angesprochen, die großen Themen, Apokalypse und so weiter, aber ich glaube, der ein oder andere, der hier zuhört, ist vielleicht gar nicht auf dem neuesten Stand, denkt gerade so, was, Apokalypse, wird das jetzt nächste Woche angekündigt? Nicht ganz. Also wir können ja nochmal kurz zusammenfassen, was denn die neuen Themen konkret waren, dass wir alle hier auf dem gleichen Stand sind. Also das erste Erweiterungsthema war so ein bisschen Meereswelt, da wollten die Entwickler reinbringen, dass man Unterwasserlandschaften erforschen kann. Also vermutlich quasi der Aspekt, den es in Sims 3 Inselparadies gab mit dem Tauchen, das würde dann wahrscheinlich mit so einer Erweiterung wieder reinkommen. Da wurden Hausboote erwähnt und U-Boote, man kann sich dann ja schon so ein bisschen denken, in was für eine Richtung es geht. Das war das erste Thema. Dann die zweite Erweiterung war so ein bisschen das Apokalypsenthema, was Micha hier gerade schon ganz positiv hervorgehoben hat. Also klassisches Apokalypsengameplay, so ein bisschen postapokalyptische Landschaften, Strategieelemente, also es klingt tatsächlich einigermaßen anders von dem Gameplay, was wir so von The Sims 4 sonst kennen. Moderne Monarchie als dritte Erweiterung, da wurde dann so ein bisschen genannt, dass man Allianzen schmieden kann, Rivalitäten und gestaltet ein Schicksal. Ihr merkt schon, ich zitiere hier gerade den Michas Beitrag, der das ganz gut zusammengefasst hat. Dann als nächstes Erweiterung 4, Adventure Camp, auch ganz spannend finde ich, mit Museen, da kann ich mir noch nicht so viel drunter vorstellen. Dann eine Cyberpunk-Erweiterung, also moderne, ja, Kybernetik, das Wort kannte ich vorher auch noch nicht tatsächlich. Dann als sechste Erweiterung, ja, eine Erweiterung, mit der man mit einem Van herumfahren kann und dann in neuen Regionen rumfährt so ein bisschen und man kann dann eine Mechanikerkarriere einschlagen. Erweiterung 7, kriminelle Machenschaften, also Verbrecherkarriere und da soll wohl auch so ein bisschen die Mafia eine Rolle spielen. Wurde jetzt hier so genannt, natürlich zum aktuellen Zeitpunkt grobe Ideen, nichts davon wird genau in dieser Form jetzt kommen, aber die Entwickler wollen ja einfach unsere Meinung wissen. Dann als achte Erweiterung eine Freizeiterweiterung, in denen es so ein bisschen ein Ferienlager geben soll und auch Rettungsschwimmer, man kann mit Babysittern Kontakte knüpfen, also tatsächlich so ein bisschen freizeitmäßig, Wasseraktivitäten. Und als neunte Erweiterungsidee, mein, auch, glaube ich, mein persönlicher, ja, Least-Favorite, sag ich mal. Ähm, die 80er, 90er-Retro-Erweiterung mit Spielhallen, Comicläden, dem Gameboard-Café und dem Rahmenladen. Jetzt habe ich direkt mal eine Frage an euch und zwar, ähm, zur ersten Erweiterung, wir gehen chronologisch ein bisschen durch. Seid ihr denn überzeugt, dass eine Erweiterung, die sich dann nur um Unterwasserwelt und Hausboote dreht, ob das sich dann von Inselleben stark genug abhebt oder ist es dann doch ein bisschen schade, dass das dann irgendwie nicht einfach in einer Erweiterung war? Ja, ich würde es als Inselleben 2.0 beschreiben. Also es ist halt quasi genau dasselbe. Ich finde es halt cool, dass es eine weitere Inselwelt gibt. Ich finde, Solani alleine reicht nicht. Aber, nee, nee, einfach nein. Also wenn das jetzt beispielsweise als, ähm, ja, Accessoire ist jetzt ein bisschen zu viel, aber Gameplay-Pack oder sowas kommen würde, würde ich vielleicht noch zähneknirschend sagen, okay, aber es wird ja safe ein Erweiterungspack sein. Und ich sehe nicht, ich finde, Unterwasserlandschaften sind ein totales Muss-Ding. Also das habe ich bei Solani super vermisst. Ich würde mir in diesem Zug auch wünschen, dass die mehr jungen Frauen und Männer dann nochmal überarbeitet werden, weil die sind ja auch einfach nur dahin geklatscht worden. Also es ist, es ist zu wenig aus meiner Sicht, dass es sich irgendwie rentiert. Also wenn man das vielleicht noch erweitern würde mit Inselparadies, mit ein paar Parametern, okay, aber ich sehe das zumindest nicht so. Ja, ich sehe da ein bisschen die Schwierigkeit. Was soll denn da noch Neues hinzukommen? Weil, klar, die Entwickler könnten jetzt nochmal die mehr jungen Frauen mit aufgreifen. Dann sehe ich aber jetzt schon den Shitstorm in der Community mit, hm, das haben wir doch schon mal gehabt. Ja, das glaube ich. Und ansonsten, ja, könnte es ganz spaßig sein, aber ich fand es auch, die Umsetzung in Sims 3 war ganz cool, mit dem Hausboot da irgendwo wild herumschippern zu können. Ich weiß nicht, ob das technisch in Sims 4 tatsächlich möglich ist. Ich bezweifle es fast. Das war eigentlich so ein bisschen mit das Highlight. Und da gab es ja noch ein paar Hotels mit dabei, wobei ich das Hotel-Gameplay damals auch eher überschaubarer fand, sagen wir es mal so. Aber es war da, das war in Ordnung. Von daher, keine Ahnung, wie sich das tatsächlich inhaltlich absetzen soll, dass ich da sage, komm, das ist jetzt nochmal 40 Euro wert. Für ein Gameplay-Pack vielleicht eher, aber nochmal ein großes Erweiterungspack, da fehlt mir irgendwie deutlich das zusätzliche Gameplay, damit ich nicht ein Erweiterungspack gefühlt doppelt gekauft habe. Ja, also ich würde zu einem gewissen Grad euch auf jeden Fall zustimmen, weil an sich mag ich die Idee total. Also ich habe das auch bei Inselleben einfach vermisst so und auch eigentlich ein bisschen frech, wenn man überlegt, in The Sims 3 war es halt wirklich eine Erweiterung so. In The Sims 4 war es ja schon öfter so, dass eine Erweiterung, die es vorher gab, dann kleiner umgesetzt wurde. Aber zumindest dann noch mit anderen Aspekten so, die das dann manchmal mehr oder weniger ausgeglichen haben, aber auch nicht so richtig. Da konnte man dann noch irgendwie argumentieren, aber jetzt, ich weiß nicht, das wäre schon krass, wenn sie das nochmal als eigene Erweiterung so verpacken würden. Aber an sich mag ich die Themen total. Also ich stelle mir das auch in The Sims 4 cool vor, so rumzutauchen, wenn es da verschiedene Spots gibt, wo man dann den Kopf unter Wasser stecken kann, wäre das an sich schon ganz cool. Aber ja, ich denke auch, Hausboote in The Sims 3 cool, einfach so ein bisschen den Standort wechseln, man hat eine andere Region um sich rum oder man ist näher bei der Arbeit. Das war dann ganz praktisch, das war dann irgendwie an sich auch ein sinnvolles Feature. Aber in The Sims 4 weiß ich halt nicht, ob der Sim jetzt einfach halt in einer Region an der anderen Stelle ist, ob das jetzt gameplaymäßig so den krassen Unterschied macht. Das war bei The Sims 3 bedingt durch die offene Welt sinnvoll, weil es dann natürlich auch alle Grundstücke so zur Auswahl gab, dann mit dem Reisen, mit dem Hausboot. Aber in The Sims 4 weiß ich jetzt auch nicht so ganz nie. Ja, also was mir eben gerade ein bisschen als Gedanke gekommen ist, also nur als Hintergrund, ich komme aus dem Marketing, habe sehr viele Spiele auch vermarktet und so. Heißt, ich weiß, wie man Leuten Geld aus den Taschen zieht. Qualität runter, Geld hoch. Ja, genau, also dementsprechend, ich kann IEL teilweise nachvollziehen, finde ich das geil. Nein. Das ist stimmt. Was ich eben gerade so gedacht habe, auch bei gewissen anderen Ideen, wo wir noch hingehen werden, weil sie sich ja ein bisschen ähne mit schon vorhandenen Themen. Es gibt zumindest ja auch bei den Haustieren, Hunde und Katzen, gibt es ja bereits ein Accessoire-Pack, was quasi nur spielbar ist, wenn du Hunde und Katzen besitzt. Mhm. Es könnte hier in diese Richtung wieder gehen. Also, dass sie halt auf Sulani quasi bauen und das ist dann eigentlich so Sulani 2.0, was du dann spielen kannst, wenn du halt nur Sulani besitzt. Dafür ist es dann halt preiswerter, dann ist es vielleicht auf dem, was auch immer, Accessoire-Pack ist es ein bisschen zu wenig. Ähm, also zu wenig Geld, weil das ist eher ein Gameplay-Pack, aber ich, also das ist jetzt wieder nur rein hypothetische Gedanke, aber das könnte ich mir vorstellen, damit sie dann rechtfertigen, hey, es bietet somit sehr viel mehr Inhalt. Sie bauen aber auf, was wir schon haben, heißt, man braucht Sulani oder beziehungsweise Insel eben weiterhin, aber man bekommt jetzt noch mehr. Und dann kann man halt die Meerjungfrau nochmal überarbeiten, dann kann man halt all das noch machen, aber mit einem Price-Tech hinten dran, damit EA noch dran verdient. Das will ich nun kurz sagen, ob ich das moralisch okay finde, ist eine andere Frage, aber das könnte sich dadurch dann finanzieren, all das mit den Unterwasserlandschaften. All das, was wir eigentlich in Inselleben vermisst haben, würde dann halt reinkommen. Und dann, ob die Hausboote dann quasi wirklich so einen Zweck haben, wäre dann quasi zweitrangig, weil sehr viele wollen einfach auch nur auf Hausbooten leben oder halt die bauen. Das stimmt, ja. Also an sich ein Gedanke, den ich durchaus nachvollziehen kann, jetzt sprechen wir von EA, ich kann ja vorstellen, dass sie trotzdem 40 Euro verlangen. Ja, das kann auch sein. Ja, du brauchst 40 Euro im Paradies, ja, sorry. Aber jetzt hier, super Sondersale, beide Erweiterungspacks für nur 75 Euro anstatt 80 Euro. So, hey, jetzt greif zu. Ja, genau, genau. Also so zusammen und wenn du dann quasi ein Add-on, wie auch immer, so kaufst, dann kaufst du es halt für was auch immer 20 Euro oder so. Also wenn du Solani schon ein bisschen, ich kann mir das vorstellen bei diesen Themen teilweise. Also das ist nur mein Bauchgefühl, aber das EA sagt vielleicht auch, nee, sie wollen 40 Euro. Dankeschön, bye bye. Sagen wir so, so wie ich EA bisher kenne. Ja, sie würden halt nochmal Inselleben ankurbeln mit den Verkäufen dadurch. Also ich denke halt immer so, wie kann man das Maximale rausziehen? Das würde schon Sinn ergeben. Mal gucken. Ja, am besten oder am angenehmsten wäre es ja, wenn es einfach, also für die Spieler als Pack-Refresh kommen würde. Da hatten wir ja schon mal was bei Wellness-Tag. So, das ist das unrealistische Szenario, okay. Ja, das stimmt wohl. Ich wollte einfach mal was Positives hier noch mit reinwerfen, wie man es so als kleiner Stich an EA, wie man es denn nett machen könnte. Naja. Das wird nicht mehr passieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendeinen Pack-Refresh irgendwie noch geben wird. Im richtigen. Ich wollte auch gerade fragen, was ist eigentlich daraus geworden? Hieß es nicht mal? Stimmt. Irgendwann hat ein Guru, meine ich, gesagt, also ich glaube, das wurde tatsächlich gesagt, dass es nicht mehr so kommt irgendwie. Was natürlich schade ist. Naja, aber weiter zur nächsten Erweiterung. Das war ja die Erweiterung mit der Apokalypse. Da wart ihr ja gerade schon nicht ganz so angetan irgendwie. Habt ihr da ein Bauchgefühl, was vielleicht nicht so gut laufen könnte oder wo das Pack dann trotzdem seine Stärken entfalten könnte so? Also ich finde bei sowas halt immer ein bisschen schwierig, wenn es jetzt wirklich so ganz abgedrehte Themen sind. Wie kann man das sinnvoll mit dem bisherigen Gameplay irgendwie vereinbaren und damit vermischen? Ich meine, jetzt wird ja beschrieben, hey, das spielt dann irgendwie in einer extremen Umgebung, in der die Zivilisation zusammengebrochen ist, in eine völlig zerstörte Stadt. Kann ich dann da trotzdem irgendwie hinreisen und dann da mir ein Mietwohngrundstück suchen? Oder wie genau sieht das dann aus? Oder laufen dann irgendwelche halt toten Leute dann in meiner normalen Welt rum? Weil es erinnert mich so ein bisschen an dieses Star-Wars-Pack. Das ist ja auch so an sich komplett abgekapselt. Und an sich sollst du da eigentlich nur dieser Story folgen und mehr auch gar nicht tun. Und mal ganz abgesehen davon, dass ich Star-Wars nicht mag, ich war seit Release von diesem Pack kein einziges Mal in dieser Star-Wars-Welt drin. Und habe das eigentlich auch nur installiert, weil da ein paar geile Baumodus-Objekte drin sind. Und das finde ich dann halt auch sehr, sehr schade. Und finde es dann aber auch gleichzeitig irgendwie komisch, wenn dann irgendwelche Leute mit irgendwelchen Laserschwertern plötzlich durch die Gegend rumlaufen. Und ich mir denke, okay, gut, danke dafür. Das ist eigentlich so das größte Fragezeichen, was ich da habe. Alles andere, ja, klingt eigentlich ganz cool mit, hey, du musst hier um das Überleben kämpfen und irgendwie mit knappen Ressourcen arbeiten. Aber am Ende ist halt Sims 4 immer noch ein mega krass casual Game. Das heißt, ich würde da jetzt meine Erwartungshaltung an irgendwelche Herausforderungen extrem nach unten schrauben. Und sie werden dann wahrscheinlich immer noch unterboten. Deswegen weiß ich nicht, ob das ein zu krasser Genre-Mix wäre, wo die Erwartungshaltung einfach nicht erreicht werden könnte. So rein vom Thema her, vom Setting her eigentlich ganz cool. Also ich kann ja auch nur mutmaßen. Ich denke, die Eingangsintention war so, wo ja auch die Umfragen gestartet sind, da war The Walking Dead ja das Nonplusultra. Also da waren ja Zombies sowieso überall in den Medien. Und seitdem ungefähr ist ja auch diese Idee da entstanden. Dann gab es ja auch Strangerville, was ja auch Stranger Things ist, aber halt irgendwie dann auf, keine Ahnung, welche Zombies, wie man die beschreiben mag. Und jetzt kann ich mir vorstellen, dass es wieder aufgekommen ist, wo die Leute bei EA gesehen haben, dass es bei Insoi ein Setting ist, was noch nicht wirklich krasse Auswirkungen haben. Aber die Leute feiern das. Dass man einfach eine Möglichkeit hat, diese Stadt so verfallen zu lassen. Da gibt es noch nicht wirklich irgendwelche Rückmeldungen oder so dazu. Das ist dann einfach nur so eine kaputte Stadt. Aber man hat schon gemerkt, dass die Leute interessiert daran sind, es ein bisschen anders zu spielen. Ich denke halt, das Pack würde eben genau das ermöglichen. Ich denke, das wäre wie Strangerville oder auch, wie Micha gesagt hat, hier Star Wars, dass das eine geschlossene Welt an sich ist. Also, dass das nicht so eine kompletten Auswirkungen hat auf die anderen Packs, sondern man spielt dann halt wirklich nur dort. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt Survival-Fans in diesem Pack auf ihre Kosten kommen. Ich kann mir nur vorstellen, dass es mal eine andere Art von Spielen ist. Also, wie wir bei dem Event jetzt momentan haben, dass wir so eine Art Quest-System haben, Aufgaben erfüllen müssen und so. Dass es dann in diese Richtung geht, aber dass diese Zielgruppe, die das spielen möchte, sehr spitz ist. Ich könnte es mir aber super interessant vorstellen, vor allem, wenn wir dann dieses Pack haben, diese Baumöglichkeiten, die dann generell da sind. Also, so Lost Places sind ja jetzt auch ein bisschen möglich nachzubauen, aber nicht komplett. Mit diesem Pack wäre das ja insane, was möglich wäre. Ich finde die Idee gut, kommt halt wirklich nur auf die Umsetzung dann an, wie Micha schon gesagt hat. Das stimmt wohl, ja. Also, sagen wir mal so, auf dem Niveau von Strangerville, wenn die Story so ähnlich wäre, die war ja an sich ganz cool so, aber halt leider auch relativ einfach und vorhersehbar so. Also, ich denke, wenn sie davon weggehen und das, ja, einfach vielleicht so ein bisschen wie in anderen großen Titeln machen, in anderen Genres so, könnte das an sich cool werden. Also, es ist schon Potenzial da, aber ich bin bei euch. Also, mich hat es ja auch schon so ein bisschen umrandet. Ich denke einfach, es könnte von der Story einfach ein bisschen belanglos werden und dann funktioniert so eine Erweiterung, glaube ich, nicht. Weil die sich dann ja wirklich nur darauf fokussiert. Man kann ja natürlich, ja, kaputte Häuser bauen, so, keine Frage. Hat dann auch diese Welt, aber sonst, es ist wirklich, es ist ja so ein abgekapseltes Thema. Aber an sich muss ich schon sagen, finde ich sehr spannend so. Also, da würde mich einfach interessieren, wie sie es genau machen so. Und ich denke, die Welt an sich würde bestimmt gut aussehen. Das können sie ja. Ja, also, bei DSM 4, jede Welt, ja, ist zwar manchmal nicht ganz so groß, manchmal mit wenig Grundstücken so, aber sie sieht immer zumindest schön aus. Das ist auf jeden Fall bei DSM 4 immer top. Mir kam da gerade noch der Gedanke, so ein bisschen die Erinnerung hoch an DSM's Inselgeschichten. Oh. Vielleicht kann sich der ein oder andere noch daran erinnern, das ist ein Spiel aus dem Jahr 2008. Ich habe kurz gegoogelt. Ich komme mir jetzt ein bisschen alt vor. Aber das war ja auch so ein bisschen, hey, du strandest halt irgendwo, du musst dann so ein bisschen ums Überleben kämpfen, in sehr großen Anführungszeichen. Weil du dann auch nur die Ressourcen quasi von dieser Insel hast und ansonsten hast du ja nichts. Und das ist so in der Art und Weise halt eher mit einem postapokalyptischen Setting an sich ganz cool. Aber die Sims Inselgeschichten war ja ein separates Spiel, komplett abgekapselt vom normalen Die Sims Spiel. Daher ging das dann so auf. Aber sowas in die Richtung könnte das dann am Ende vielleicht sein. Weil Inselgeschichten habe ich damals tatsächlich sehr gerne gespielt, muss ich sagen. Das war auch irgendwie cool. Ich habe, glaube ich, quasi das Pendant für die PS2 immer gespielt. Das war auch mein erstes, ich glaube, fast mein erster Berührungspunkt so mit den Sims. Gestrandet war es dann da. Ja, in so eine Richtung finde ich das eigentlich ganz witzig, dass man wirklich mit so einem, vielleicht sogar mit einem einzelnen Sim, der dann als einziger noch irgendwie überlebt hat, so dann anfängt und dann die Welt erkundet und immer mehr andere Sims zum Vorschein kommen. Also, guter Einwurf, ja, so in die Richtung hätte was. Es ist halt die Frage, wie, ob sie das wirklich hinbekommen mit dem Fundament, was Sims 4 bietet. Also, die Idee ist richtig wahnsinnig gut. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass sie das mit Sims 4 nachbauen können. Ich glaube, da braucht man schon was Prädestiniertes dafür. Äh, ich weiß nicht. Ich habe da so ein bisschen Bauchschmerzen, weil Sims 4 halt wirklich nicht das beste Fundament hat. Und, ähm, es wäre cool, aber da sehe ich schon die Bugs, die dann auf jeden Fall kommen werden. Ja, ja. Die sind immer Teil einer jeden Erweiterung. Die begleiten uns seit ein paar Jährchen. Das ist schon ein Feature. Mittlerweile ja. Das ist not a bug, it's a Feature, ja, genau. Ach ja. Ich finde thematisch ähnlich, also so in diese Erweiterungsartrichtung, dass es so ein bisschen abgekapselter ist, ist ja auch so ein bisschen die Monarchie-Erweiterung. Ähm, also auch vom Gameplay, was, was du nicht so gut in den Alltag integrieren kannst, aber es hat ja trotzdem so ein bisschen seine Daseinsberechtigung, ähm, als eigenständige Erweiterung, die man dann mal so spielt, dann mit Spaß hat und sie dann, ja, in den meisten Fällen dann auch erstmal nicht mehr anfasst und irgendwann wiederentdeckt so ein bisschen, wie sind da so eure Gedanken? Also, ich muss sagen, mich interessiert dieses Monarchie-Thema schon sehr, ähm, vor allem, weil ich Sims-Mittelalter echt auch interessant fand, also es war jetzt nicht das Überspiel, aber trotzdem war es eine echt, eine coole Idee. Ich denke, das könnte man hier auch implementieren. Ich würde mir eher trotzdem was im Mittelalter wünschen und nichts Modernes, also dass man wirklich so eine Mittelalter-Welt hätte, ähm, wo man vielleicht zeitreisemäßig da reinreisen würde oder was auch immer. Man kann ja so eine Backstory dazu machen. Ich musste so ein bisschen schmunzeln, weil mich das alles sehr an Crusader Kings 3 erinnert. Also, ich kann mir vorstellen, dass diese Idee dann da auch so geboren wurde mit diesen, ähm, ja, Rivalitäten, Allianzen, so ein bisschen Intrigen und so. Also, ich kann mir irgendwie vorstellen, dass sie bei Crusader Kings 3 geschaut haben, ah, das ist ja ganz interessant, die Storys, die da so entstehen. Vielleicht sollten wir auch nochmal was machen. Ich musste da so ein bisschen schmunzeln. Ich finde dieses Thema aber super interessant, wenn das auch noch im Mittelalter spielen würde. So ein bisschen wirklich zeitreisemäßig oder wenn sie dann modern das machen möchten, dass es dann auch in dieses Politische dann richtig reingeht. Aber das kann ich mir halt alles nicht vorstellen, weil das dann so tiefgründig ist. Man müsste da aufpassen, mit was man da so reintut und was nicht. Ähm, also, aber stellt euch mal vor, ihr könntet dann halt der Präsident vom Sims-Ding werden. Also, so ein richtiger. Und dann würdest du halt so ein Sims-weißes Haus haben und dann würdest du da leben. Also, ich drifte schon wieder ab. Also, ich hab Ideen, aber ich kann es mir nicht vorstellen, wie sie das wirklich implementieren wollen. Ähm, ich bin da bei dir. Also, Monarchie, ja. Moderne Monarchie, nein. Und auch ich musste so ein bisschen an Crusader Kings 3 denken, weil ich das auch sehr gerne spiele. Und das ja auch ein bisschen weg geht von diesem strategischen Aspekt hin zum Geschichtenerzählen im Mittelalter. Mit den ganzen Trinken und sowas ist das schon sehr cool. Aber ich glaube, meilenweit, also wirklich Lichtjahre eigentlich entfernt von dem, was in Sims 4 auch nur ansatzweise möglich wäre. Ähm, von daher, ja, aber moderne Monarchie, boah, puh, lass mal. Also, ähm, die einzige moderne Monarchie, die ich halt mitbekommen, ist so ein bisschen das britische Königshaus. Und dann sind es primär eigentlich auch nur die Skandale und alles andere interessiert mich dann auch wirklich herzlich wenig. Und so von den Sachen hier, ähm, keine Ahnung, ähm, dass ich dann zum beliebten Herrscher aufsteigen kann. Und, ähm, die Komplexität der königlichen Nachfolge, äh, entscheiden kann, denke ich mir so, ha, okay, bestimmt total komplex. Ähm, dass ich da zwei Klicks machen muss und sagen muss, du wirst jetzt mein Erbe und, äh, deal with it. Ähm, was ich aber spannend finde, ist, das ist jetzt schon, also wir sind jetzt erst bei der dritten Idee, aber das zweite Mal, dass schon, äh, das Thema Haustiere aufgegriffen wurde. Also, wohl bei der, ähm, apokalyptischen Thema, da spricht man von exotischen Haustieren. Hier sind es jetzt, äh, luxuriöse Haustiere, ähm, von exklusive Haustiere, Entschuldigung. Ähm, also scheinbar haben die Entwickler wieder ein bisschen was mit Haustieren zu tun, wobei ich jetzt ehrlich gesagt nicht weiß, was exklusive Haustiere sind, weil, was will man sich da halten? Den Elefanten hoffentlich nicht. Einen Löwen. Das wär crazy. Was halt Monarchen so haben, ne, im Garten. Einen Löwe. Ja, hätte ich auch nichts dagegen. Nee, wo ihr gerade, äh, Crusader Kings 3 erwähnt habt. Äh, stimmt, das hab ich letztes Jahr. Grüße gehen raus an der Stelle an meine Cousine, die mir das, äh, gezeigt hat. Und dann hat sie mich erstellt und dann bin ich direkt an Pest gestorben. Das war nicht so schön. Super interessante Idee. Nee, also es klingt ja so, als würden sie jetzt nicht Sims Mittelalter reproduzieren wollen, so einfach nochmal neu aufgelegt mit Sims 4 Engine. Klingt ja nicht so. Eher, ja, diese Monarchie-Richtung. Frag ich mich auch, wie das dann funktionieren soll, weil an sich ist es ja eine spannende Thematik so. Aber runtergebrochen mit so einer vereinfachten The Sims 4 Logik kann ich mir das halt nicht so ganz vorstellen. Ob das dann so eine Erweiterung wird, die sich dann primär einfach in irgendwelchen Benutzeroberflächenfenstern abspielt, das fände ich dann ehrlich gesagt auch nicht so spannend. Weil, ja, The Sims Entwickler, hab ich das Gefühl, machen bei The Sims 4 gerne mal Features rein, die sich halt auf irgendwelche Fenster beschränken. Was ich aber auf jeden Fall cool finde, Mittelalter von den Objekten. Ich glaub, da gibt's wieder tausende kreative Simmer, die die Galerie mit wunderschönen Mittelaltergebäuden fluten. Ähm, und ich glaub, so eine Mittelalterwelt würde in The Sims 4 auch wieder sehr gut aussehen. Also, hat schon Potenzial. Muss man halt gucken, ob sie das ausnutzen und ausschöpfen vor allem. Ähm, dann zur vierten Erweiterung, das war die Adventure-Camp-Erweiterung. Ähm, da ist mir sofort die Screenshots von Bro Busty in den Kopf geschossen. Der hat ja sich hingesetzt und zu jeder Erweiterung so drei Screenshots gebastelt, die so ein bisschen porträtrieren, porträtrieren, wie die Erweiterung aussehen könnte. Da hat er dann ganz viel Laub, Nadel, Wald, ähm, irgendwie hingesetzt. Habt ihr da schon eine Richtung, ob das was werden könnte für The Sims 4? Also, ich muss halt sagen, mich erinnert das alles, was so ein bisschen gesagt wurde an Dschungelabenteuer. Ähm. Mhm. Also, da muss ich ... Ich bin von dieser Idee überhaupt nicht begeistert, muss ich ehrlich sagen. Also, irgendwie diese Idee, ich hab das gelesen, ich hab das einfach wirklich zehnmal gelesen, um zu denken, hä, wir haben doch Dschungelabenteuer. Also, wo ... Also, ist es dann in Ägypten und hat man dann quasi genau dasselbe wie Dschungelabenteuer, bloß halt in beispielsweise Ägypten in der Wüste oder so? Ey, also, ich weiß nicht, ich kann damit nicht so komplett anfangen. Und das ist aus meiner Sicht wirklich Dschungelabenteuer 2.0. Also, weiß ich jetzt nicht. Ich fühle dich überhaupt nicht, dieses Thema. Also, es ist wahrscheinlich nicht in Ägypten, weil die sprechen von der Küstenregion. Ah, ja, oder so. Wo ein bisschen mehr Wasser ist. Äh, ich hab da jetzt eher gedacht, ähm, keine Ahnung, so ... Also, bei mir kam der Gedanke eher an Kalifornien hoch. Eher so ein Wald, äh, Mix mit, äh, eher große Wiese und vielleicht ein riesengroßes Loch, wo man ein paar Dino-Knochen dann ausbuddeln kann. Ähm, so ein bisschen Richtung Dschungelabenteuer schon. Wobei man jetzt höchstwahrscheinlich nicht in irgendwelchen, ähm, Katakomben oder so was unterwegs ist, sondern, wie gesagt, ich stelle mir eher ein großes Tal vor. Und dann liegen da ein paar Knochen rum. Und dann klicke ich da hin und sag, buddel hier und buddel da. Und, ähm, das war's dann am Ende. Und parallel dazu kann ich irgendwie im Wald rumlaufen und, ah, guck mal da, ein neuer Pilz. Ui, ist das aufregend. Und wow, ein Schmetterling, den hab ich so auch noch gar nicht gesehen. Ui, ui, ui. Ähm, ja, find ich jetzt insgesamt jetzt auch nicht so spannend. Ich find den Gedanken spannend mit diesem, hey, bau dir doch dein eigenes Museum auf. Wie auch immer das aussehen könnte. Ähm, aber da vielleicht wirklich, ähm, so ein, so ein begehbares Grundstück aufzubauen. Und dann kann ich da vielleicht so einzelne Abteilungen machen, wie hier sind die Dinos. Und da kann ich ein paar Mumien ausstellen. Und da kann ich meine Sachen aus Dschungelabenteuer ausstellen. Und ich kann die einzelnen Räume dann vielleicht so ein bisschen gestalten. Dann darf ich noch ein großes Aquarium mit rein. Das fände ich vielleicht schon relativ unterhaltsam. Auch wenn ich nicht weiß, was man da den ganzen Tag so irgendwie machen soll, dass es auch langfristig Spaß macht. Ähm, aber so von der Grundidee her, dass ich irgendeine Möglichkeit habe, aber all das, was ich vielleicht über die 50.000 Erweiterungen mir irgendwo zusammengesucht habe, mal auszustellen, ganz cool. Wäre vielleicht eine ganz nette Idee. Wenn, ich hab grad den Beschreibungstext mehr nochmal so durchgelesen, als wir jetzt gerade drüber geredet haben. Und für mich ist es irgendwie so insgeheim die Animal Crossing erweiterte. Ja, ich hab eben gerade auch dran gedacht, mit dem Museum. Animal Crossing, lass grüßen. Also so vom Prinzip ja wirklich so ganz entspannt irgendwelche Sachen sammeln, irgendwas über Fossilien und Pflanzen lernen so. Ich bin aber bei euch. Also zum einen, irgendwie haben wir das ja auch schon so in die Sims 4. Also wir können ja schon Fossilien sammeln und Schmetterlinge und so. Die sind dann ja auch in den Sammlungen organisiert, wie wir es ja auch schon aus den Vorgängerteilen kennen so. Muss ich sagen, da ist halt ein ganz, ganz großes Fragezeichen gerade so bei mir. Was gibt's dann jetzt Neues zu tun? Was, also klar, da steht Museen, aber weiß ich jetzt halt auch nicht, ob das dann so spannend ist, wenn du dann halt den Schmetterling sammelst, dass der dann halt nicht einfach in deinem Inventar ist, sondern ja, in so einem Museum, dann kann man das schon irgendwie ausbauen. Das stelle ich mir noch ganz lustig vor. Also so ein bisschen dieser Sammlerdrang, sag ich mal, dann alle sammeln zu wollen vielleicht. Alle 300 Fossilien, die sie dann da reingepackt haben mit einem lustigen Beschreibungstext. Aber ja, also ich muss sagen, wenn ich jetzt so über alle Erweiterungen gucke, glaube ich, das ist neben der hier 80er, 90er Erweiterung so mein Least Favorite. Also klingt jetzt nicht so neu und jetzt auch nicht so spannend, dass ich sag, ja, der Mehrwert, der lohnt sich für eine Erweiterung. Für ein Gameplaypack wäre es vielleicht noch was anderes gewesen. Wäre es vielleicht okay gewesen in dem Rahmen, aber dafür will ich jetzt keine Erweiterungsslot irgendwie verlieren, wo wir dann ein halbes Jahr wieder auf eine neue Erweiterung warten müssen. Also, ja, bin ich bei euch. Dann die fünfte Erweiterung, Cyberpunk-Welt. Da bin ich mal sehr gespannt. Das, finde ich, geht ja vom Grundprinzip so ganz leicht in diese Apokalypsen-Richtung so grob. Aber seid ihr da denn positiver gestimmt? Das war treffend. Erinnert mich so ganz grob ein bisschen an Into the Future. Stimmt, ja. Das habe ich auch nicht wirklich gemocht. Also, es war irgendwie kein schöner Abschluss für die Sims 3. Und alles, was irgendwie so mit Cyberpunk zu tun hat, nee, tangiert mich inhaltlich so absolut gar nicht, muss ich sagen. Deswegen interessiert mich wirklich einfach nicht. Krass, okay. Also, da muss ich widersprechen. Ich fand sogar das Pack sehr, sehr geil. Weil es mal, was komplett anderes war, vor allem in die Zukunft zu reisen. Also, das ist ja dieses Faszinierende, was so halt in der Gegenwart macht, hat in der Zukunft irgendwie Auswirkungen und so. Das fand ich halt mega interessant. Ich finde das hier als Idee sehr ab von der Norm. Also, das ist wie halt wieder eine geschlossene Welt. Ich verstehe halt diesen Punkt nicht so wirklich. Was auf einmal diese Stadt soll. Also, sie soll ja wirklich dann sicherlich dann auch wie in der Zukunft dann aussehen. Das wäre ja dann auch nicht so wirklich Zukunftsreisen. Und diese Ideen mit den Robotern und so weiter ist mir auch zu sehr hier an den Robotern von der Uni. Ich, auch diese technikorientierte Hobbys und so. Ich finde, das ist halt genau das eigentlich. Also, nimm das doch in die Uni rein. Wenn du da schon Roboter halt mit reinnimmst. Also, ich kann mir darunter nicht wirklich was im Sims 4-Universum vorstellen, dass das das rechtfertigen würde. Wenn sie wirklich diese Zukunft wieder reinbringen würden, dass man Zeitreisen hat, dass man Auswirkungen hat und so. Dann würde ich sagen, okay, aber es soll ja wirklich eher auf dieses, dass der Mensch zum Roboter irgendwie wird. Sowas ähnliches, wenn ich das richtig verstehe. Also, dass der Sim dann auch so Roboterarme und so weiter implementieren oder sowas kann. Es ist interessant, aber dann, ja, was dann? Also, ja, cool. Nee. Dann kann er schneller eine Fähigkeit lernen und das war's. Ja, herzlichen Glückwunsch. So, feier ich nicht. Hier sind meine 40 Euro. Für diesen Arm, bitte. Danke. Da bin ich irgendwie zum einen bei euch. Also, da ist irgendwie auch so das Ding, der ganze Beschreibungstext handelt ja mehr oder weniger wirklich nur von den Robotern. Und das ist mir dann auch zu sehr an die Uni 2.0. Also, zumindest in diesem einen Aspekt natürlich. Ähm, muss ich auch sagen, also, ließ sich jetzt auch nicht so krass neu. Oh mein Gott, wir hatten doch sogar so einen Roboterarm auch an die Uni, oder? War das nicht so? Oder bilde ich mir das gerade ein? Weiß ich jetzt nicht. Also, dass man sich da was als Sim einbauen kann, glaube ich nicht. Aber ich kann mich auch komplett irren. So viel habe ich jetzt auch nicht damit jetzt in den letzten Monaten gespielt, dass ich das easy sagen kann. Ja, ich bin hier auch im Podcast manchmal der Fake-News-Beauftragte. Also, einfach mal so Falschinformationen hier reinstreuen. Du willst Engagement haben. Genau. Du willst nur die Leute haben, die sich aufwägen. Sag's doch gleich. Nee, ich ... Nein. Ach ja, nee. Aus Versehen hier. Ähm, nee, dann mal vorsichtig diese Aussage hier reingeworfen. Nee, aber an sich muss ich sagen, Cyberpunk-Welt klingt schon cool für mich. So, also, dieses Ding, eine futuristische Welt, glaube ich, da könnte man schon was draus machen, so von der Architektur ganz cool. Aber ja, also, wenn das dann halt der einzige coole Aspekt ist und die Roboter haben wir dann halt irgendwie schon, dann wäre es jetzt auch nicht so das Wahre. Aber das ist auch wieder so eine Erweiterung, wo ich mich frage, wie sie das umsetzen, wie das dann genau funktioniert so. Aber, Micha, ich finde es irgendwie witzig. Ich glaube, Into the Future war generell sehr beliebt. Und das heißt, ähm, das ist jetzt gerade so ein bisschen wie damals, wo ich gesagt habe, dass ich Jahreszeiten doof finde. Jetzt hat hier jeder seine ... Das ist was völlig anderes. Das ist was völlig, völlig anderes. Sandra, hast du denn auch eine Erweiterung, die eigentlich alle cool finden, außer du? Ich überlege gerade. Also, Faderant war halt kein gutes Pack. Dafür wurde ich sehr geflamed am Anfang. Bis es dann halt rauskam und es kein gutes Pack war. Ähm ... Ansonsten, nee. Also, bisher eher weniger. Ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich auch meine Community so erzogen, dass sie immer sagen, ja, okay, du darfst alles sagen, du hast Unrecht, ist okay. Das ist natürlich auch nicht schlecht, ja. Dann, wenn wir weitergehen wollen, zur nächsten Erweiterung. Und zwar die, ja, die Sims gehen auf die Straße mit dem Reisebus. Da sind auch bei mir direkt ein paar Fragezeichen aufgeploppt. Der Van heißt dann, die Autos kommen. Aber mittlerweile kann ich mir das irgendwie fast gar nicht mehr vorstellen, weil man so viele Welten wieder umbauen müsste. diese Straßen dann darauf ausrichten, dass da Autos fahren können. Denke ich, da zu weit, ist der Van dann stationär auf einem Grundstück? Wie ist da so euer Bauchgefühl gerade? Äh, ja, ich musste generell darüber ein bisschen schmunzeln, weil ich vor einem oder zwei Jahren mal gesagt habe, was für Packs ich mir vorstellen könnte, die kommen. Und da habe ich philosophiert, dass ich so ein Van live sehen würde. Einfach, weil das auch wieder, wo wir das Thema vorhin hatten, ein Trend ist. Also durch TikTok, durch irgendwie Social Media, Vans live und so, ist ein richtig explodiert. Stimmt, ja. Und da habe ich mir irgendwie gesagt, das könnte ich mir vorstellen, dass es das gibt. Nicht, dass damit dann Autos kommen. Oder vielleicht gibt es das dann als Update, dass dann einfach Autos wie in Sims 2 dann halt fahren vor die Haustür und dann sind sie halt weg. Ich finde, ich habe das so ein bisschen gesehen, dass ich das als zweiten Wohnort ja auch vorstellbar ist. Also, dass man halt wirklich in so einer Art Van lebt und dass man dann halt reisen könnte. Dann ist das halt wie so ein Grundstück eigentlich, wo ein Haus steht. Dann würde da halt einfach nur ein Bus parken und dann was auch immer, was die dazu noch machen würden. Dementsprechend, ich finde diesen Ansatz schon sehr interessant. Aber für mich, auch in meinem Kopf, ist das noch zu lose, dass ich das greifbar machen könnte für Sims 4. Ich finde die Idee aber so gut, weil es mal wieder was anderes ist, weil das komplett abgekapselt ist von all dem. Dass man das aber auch trotzdem in allen Welten implementieren könnte. Aber all das mit dem Abenteuer mit der Familie oder I don't know. Aber das Geschichten erzählen, I don't know. Also, ob man dann da irgendwo picknicken kann oder so, das ist ja eigentlich auch komplett egal. Weil dieser Reisebus interessiert mich aber trotzdem. Ich habe die ganz große Befürchtung, das ist einfach nur ein großes Objekt wie so ein Zelt in Outdoor-Leben. Sieht halt nur aus wie ein Reisebus. Ich kann draufklicken und sagen, hey, ich baue jetzt aus, dass ich, keine Ahnung, noch einen Schlafplatz drin habe. Und, keine Ahnung, fließend Wasser oder sowas. Aber ich sehe diesen Reisebus nie von innen, sondern es ist einfach nur ein großes Objekt. Und dann kann ich sagen, ja, jetzt koche ich im Reisebus. Und der Sim geht hin, die portiert sich weg, er kocht. Ich sehe, dass er kocht. Ah, okay, kommt raus mit einer Pfanne. Und das war's. Und wenn ich dann reise, in Anführungszeichen, blicke ich da drauf, weiterreisen. Es kommt ein Ladebildschirm. Ich bin auf einem neuen Grundstück und kann dann irgendwo mein Objekt hin platzieren. Denn das ist so tatsächlich meine Erwartungshaltung an dieses Pack. Also ich glaube nicht, dass da irgendein Sim irgendwo hinter einem Steuer sitzt und irgendwo einen Reisebus bewegt. Sondern ich glaube, das ist ein riesengroßes Objekt. Das ist so meine Befürchtung und Erwartung an das Ganze. Vom Thema her finde ich das super. Umsetzung habe ich aber richtig große Bauchschmerzen. Ja, ich würde das so ein bisschen abwandeln, sage ich mal. Was ich mir vorstellen könnte, dass man quasi wie so ein Shell-Objekt hat. So ein bisschen wie die Apartments. Außenrum sieht es dann aus wie ein Bus so. Aber drin ist es dann trotzdem, quasi in dem Bus drin sind Wände reingezogen. Und da kann man dann ganz normal wie in so einem Haus bauen. So könnte ich mir das irgendwie vorstellen. Sandra, ich fand deine Idee, worüber ich vorher gar nicht nachgedacht habe, eigentlich voll gut, dass man dann in diesem Bus so leben kann. Das wäre an sich schon witzig. Dann auch so ein bisschen so Tiny House-mäßig so. Und dann kann man vielleicht irgendwie seinen Garten dann ein bisschen gestalten. Aber ja, ich weiß irgendwie auch noch nicht so ganz, was da kommen soll. Also, wir haben das ja schon, dass man in den Welten, die es dann so gibt, Sachen erkunden kann. Und dann gibt es ja immer wieder so kleinere Quests. Das ist dann halt so ein Nebenaspekt. Aber ja, ich denke, Michas Ansatz ist auch realistisch, dass man dann, dass es vielleicht auch wirklich keine Animationen gibt, sondern man klickt auf Reisen. Dann geht es weiter so. Was ich gedacht habe, boah, also jetzt mal ein bisschen schräger Vergleich, aber es gab ja bei The Sims 2 auf der Konsole auch so ein bisschen dieses Prinzip, dass man quasi so verschiedene Orte hatte. Und man dann in jedem Ort immer so eine kleine Quest irgendwie machen musste, um dann irgendwie weiterzureisen. Da bin ich jetzt auch nicht mehr so ganz drin, aber irgendwie so hat das ja grob funktioniert. Vielleicht ist es dann ja hier wirklich auch so, dass du dann immer in jedem, also du hast dann verschiedene Regionen so mäßig und musst da dann immer irgendwie eine Quest erfüllen oder irgendwas lösen oder so. Und dann geht es mit dem Van weiter und dann kann man dann in diesen einzelnen Regionen dann auch Teile finden, um seinen Van irgendwie zu erweitern oder irgendwie so. Aber ich finde auch da, es ist ein Thema aus meiner Sicht für ein Gameplaypack und nicht für eine Erweiterung. I don't know. Wenn da dann Autos mit reinkommen, wäre schon ganz cool oder wäre, finde ich schon fast in Anführungsstrichen Pflicht so. Das müsste dann eigentlich dann schon mal kommen, aber ja, ist auch bei mir eher weiter unten auf jeden Fall. Ja, also ich, was ich noch ein bisschen daran denken muss, es ist halt ein sehr amerikanisches Thema aus meiner Sicht, weil die haben ja auch diese ganzen, also Van Wits sind ja nicht, aber wo die ganzen Camper stehen und so weiter, das sind ja auch wirklich teilweise nahezu Dörfer, die da so existieren. Und das könnte halt so ein typisch amerikanisches angehauchtes Ding sein, was zumindest ich aus meiner Warte her nicht komplett nachvollziehen kann. Aber da alleine eine Welt zu schaffen, wo dann quasi nicht deine Nachbarn so Häuser haben, sondern das ist halt einfach der Camper nebenan oder so. Irgendwie, wenn ich da hier an Sex Education, die haben ja da auch, die eine hat da auch auf so einem Camper gelebt. Das fand ich auch super interessant, weil da eine ganz andere Dynamik herrscht. Das könnte man natürlich implementieren. Aber ob es das dann ist, in diese Richtung, who knows. Das stimmt. Und weil du es doch auch super mit dem deutschen Lifestyle verbinden kannst, hier schön Campingurlaub irgendwo hinfahren und dann stehen da einfach mal 30 Campingwagen rum und dann kannst du da schön deinen Sommerurlaub machen. Zack, hast du deinen Urlaubs-Add-on auch gleich mit dabei. Punkt, aus, vorbei, ne? Oh, stimmt, Micha. Das war ja Michas Ding immer so ein bisschen. Das ist doch so deine Erweiterung, die du noch haben willst, gell? So eine Urlaubs-Erweiterung. Ja, ich will Hotels, ich will sie bauen, ich will sie managen. Endlich. Okay, ja, das wäre dann da natürlich nicht so mit drin. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass da noch ganz viele Fragezeichen zu dieser Erweiterung sind, die sich dann hoffentlich lösen. Jetzt kommt eine Erweiterung, die ich persönlich echt spannend finde, wie das funktioniert. Und ich glaube, mit diesem Sims-Humor könnte da durchaus lustige Situationen aufkommen. Und zwar war das ja diese, ja, kriminellen Erweiterung, in dem man auch selber einbrechen kann von zwielichtigen Geschäften in Hinterhöfen bis hin zu intensiven Observierungen und irgendwelche Juwelenraube, die da auch mit dazugehören. Und so, hat ihr da jetzt Lust, mal das Brecheisen anzusetzen und die fette Stahltür aus ihrer Verankerung zu reißen? Ah, wenn es so umgesetzt ist, wie ihn zu vermieten, dann auf gar keinen Fall. Aber fand ich das einbrechen so unfassbar langweilig, weil einfach niemand zu Hause ist, wenn ich da einbreche und mir denke, yo, das ist ja ein mega aufregendes Gameplay. Wow, wow, wow. Ekelhaft. Ja, da bin ich halt auch, also ich liebe es ja, kriminell in Spielen zu sein. Ich liebe das, böse zu sein und die Anfänge sind ja in Sims 4 vorhanden. Ich finde, das ist immer noch sehr, sehr zu weich angefasst. Also das Einbrechen war eine komplette Katastrophe. Ja. Ich finde das Thema richtig nice. Ich frage mich halt so ein bisschen, also wir haben ja Polizisten durch an die Arbeit. Also werden die dann ein bisschen ausgearbeitet, bekommen wir endlich dann Diebe, die auch bei uns mal einbrechen. Weil ich finde, das Chaos soll auch manchmal zu mir kommen. Ich will nicht immer nur für das Chaos verantwortlich sein. Also ich will auch mal ausgeraubt werden in Sims. Und also ich finde, nicht, dass jemand jetzt sagt, okay, Sandra, dein Wunsch sei mir Befehl. iPhone? Ja, alles weg. Also das Thema ist halt so richtig, richtig cool. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das eine richtig gute Addition zu an die Arbeit mit der Polizeikarriere da ist. Ähm, ich denke, das wird dann irgendwann doppelt gemoppelt werden. Und, tja, ob Sims 4 es schafft, dann auch so ein bisschen erwachsener in dem Bereich zu sein. Man hat's ja bei Verliebt gesehen. Sie haben da auch mal ein bisschen was anderes versucht. Ähm, einmal kam da ein Shitstorm, wie, oh mein Gott, die armen Kinder, die irgendwie einen Dance sehen, der ein bisschen ulkig ist. Nicht sexuell wirklich. Ähm, und dann kann man hier vielleicht Mafia-Boss spielen. Oh mein Gott, die armen Kinder oder so. Äh, weiß ich nicht. Also, weiß ich nicht. Ich würde dir vielleicht in dem Punkt leicht widersprechen, ähm, weil bis zu Leben und Tod, hätte ich das auch gesagt, das ist wahrscheinlich, ähm, einfach, ja, wird dann ein bisschen weichgespült so. Aber ich hab das Gefühl, auch hier bei Verliebt gab's dann ja diese bisschen krasseren Outfits so. Also, vielleicht wollen sie jetzt, haben sie irgendwie gemerkt, okay, wir können auch mal was ausprobieren. Und der Tod wurde in der Erweiterung, finde ich, ja auch einigermaßen real porträtiert irgendwie so. Deswegen vielleicht wollen sie ja, gehen sie jetzt ein bisschen davon weg, dass alles immer sehr kinderfreundlich ist. Wäre auf jeden Fall, ja, sagen wir mal, ein Step, wie ich mir das vorstellen könnte mit dem Zusammenspiel aus den Polizisten, die wir ja schon an die Arbeit haben und jetzt diesen Polizisten hier. Wäre vielleicht wirklich, dass man dann, wenn man nur die Erweiterung jetzt hat, ähm, ja, nimmt man die aktive Karriere an als Polizist oder wie auch immer. Und, ähm, man reist dann direkt zu irgendeinem Fall, wo eingebrochen wurde. So bekommt man dann aufs Handy einfach eine Benachrichtigung, kann dann da hinreisen. Und wenn man an die Arbeit hat, dann ist es dann einfach ein Ereignis, was dann auf dieser Polizeistation aus an die Arbeit passieren kann. So, das könnte ich mir vorstellen, was vielleicht realistisch ist, wie sie das dann miteinander vereinen, so, dass, äh, das irgendwie koexistieren kann. Aber, also, da muss ich sagen, das klingt schon vom Gameplay cool und ich glaube, das könnte vielleicht auch was werden, so. Aber auch wieder die Gefahr, wenn sie es dann so machen, okay, äh, ja, diese Tür, da wird jetzt hier mal was, ähm, platziert, um sie zu sprengen. Und dann muss man das Ganze noch bei der Tür da drin machen und noch da drin. Das wäre dann natürlich irgendwie langweilig. Ähm, aber, ja, da bin ich mal sehr gespannt, was sie daraus machen. Würde ich mir als Erweiterung fast irgendwie wünschen. Mal ein bisschen rebellisch sein, mal ein bisschen was Illegales machen. Kann man ja in die Sims 4 bis jetzt auch noch nicht, ja, so richtig. Ich muss, äh, gerade ein bisschen schmunzeln, weil ich nochmal den Beschreibungstext hier sehe. Und hier steht dann auch, mit düsteren Schauplätzen wie Billardhallen. Ähm, also Billardhallen stimmt, das ist aber, das ist eine Hochburg von, also wirklich, da ist, äh, also, die Gefahr ist richtig groß in Billardhallen. Stimmt, geht nicht in Billardhallen. Ja, da sind die Mafiaposte, ihr Lieben, falls ihr das noch nicht wusstet. Ja, und die Polizei sollte die jetzt richtig aufpassen, geht in Billardhallen, da sind sie. Ja, ich glaube, vielleicht war dann so ein bisschen dieses Klischee, was man so aus Filmen kennt, dass da Männer mit irgendwelchen schwarzen Hüten irgendwie rumlaufen und alles ist so verraucht irgendwie. Und dann haben sie das dann als Aufhänger genommen. Da geht dann das Böse vor sich. Ja, aber stimmt, irgendwie merkwürdig. Ist das nicht eigentlich in Clubs? Also eigentlich ist das doch so dieses typische amerikanische Ding, dass die irgendwie so einen Club haben, da unten tanzen die Leute und oben ist das Lager für irgendwelche Geschichten. Also ich habe eher, ich denke eher an Clubs oder halt Kneipen oder was auch immer. Jetzt habe ich jetzt eine Billardhalle, muss ich jetzt mal kurz sagen, finde ich jetzt ein bisschen witzig. Vielleicht eine Lagerhalle für Billardtische oder so. Ja, das ist sehr speziell. Zumindest würde man Billard wieder reinkommen. Das ist schon richtig in die Idee für rein. Dann die Idee 8, wir gehen weg vom Illegalen wieder in den legalen Bereich und zwar die Freizeit- und Wasseraktivitäten-Erweiterung, nenne ich es jetzt einfach mal. Also sagen wir mal mehr wieder für Kinder. Es geht vom Alter wieder in den unteren Bereich so ein bisschen. Wie sieht da eure Meinung aus? Könnte das was werden? Wollt ihr mit euren Sims ein bisschen planschen oder ist das eher nichts für euch? Tatsächlich, ich spiele gar nicht so häufig intensiv mit den Kindern. Ich bin eigentlich immer ganz froh, wenn sie dann irgendwann Teenager sind und dann junge Erwachsene, da kann ich mehr mit ihnen anfangen. Vielleicht würde so ein Pack es dazu bringen, dass ich wieder ein bisschen häufiger mit den Sims-Kindern spiele. Grundsätzlich von der Idee her mit Ferienlager und sowas, da kann man glaube ich schon ganz nette Gimmicks mit einbauen. Aber ich glaube, das mache ich ein, zwei Mal und dann denke ich mir auch so, ist okay, ist okay. Muss ich mein Kind unbedingt in zwei Einlager begleiten? Nein? Okay, dann viel Spaß. Wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Ich spiele mit deinen Eltern so lange weiter. So sieht es ein bisschen aus bei mir. Ja, kann ich komplett nachvollziehen. Es ist halt dann auch die Frage, ob man dann mit den Erwachsenen dort auch hingehen könnte und man dann als Erwachsener vielleicht, was auch immer, eine Aufgabe da bekommt. Ob es dann wirklich nur so ist, dass man mit den eigenen Kindern das spielt. Ich meine, es erinnert mich heute irgendwie hier an Outdoor-Leben, bloß dann, dass man dieses Ferienlager dann an verschiedenen Sachen da haben kann. Ich kann mir nicht da wirklich viel darunter vorstellen. Eine Limitierung auf nur Kinder würde ich nicht gut finden. Also wenn man nicht die Erwachsenen mitnehmen könnte. Und ich bin, muss ich sagen, ich bin eher enttäuscht darüber, weil es sieht ja eher aus, dass es so ein Hobbypack dann sein soll. Ich würde mir ein richtiges Hobbypack gerne wünschen. Also wenn das ein Teil von irgendwie anderen Hobbys wäre, würde ich das feiern. Aber nur Konzentration auf die Kinder und dann für den Lager. Ich weiß es nicht. Das ist auch wieder so ein typisch amerikanisches Thema mit Ferienlager. Mich reizt das leider gar nicht. Ja, also ich denke mir gerade auch so, klingt irgendwie spaßig so, dann vielleicht riesige Wasserrutschen und so. Also die Sims können dann auf jeden Fall viel Spaß haben. Aber ob ich da jetzt so den Spaß rausziehe, meinen Sims da so beim Spaß haben zuzugucken, weiß ich jetzt auch nicht so ganz. Auf der anderen Seite habe ich ja auch bei Wellness-Tag, wenn die Sims da durchgeknetet wurden, immer so leicht Gänsehaut bekommen, weil die Soundeffekte mit den Steinen immer so geil waren. Das hat mich dann auch immer so ein bisschen mitentspannt. Also vielleicht werde ich dann in einem heißen Sommer durch das Wasser auf dem pixeligen Sims-Bildschirm dann auch ein bisschen abgekühlt. Nee, aber ja, also ich denke, das ist vielleicht dann auch wieder so ein Ding. Man spielt ein bisschen damit. Irgendwie macht es auch Spaß. Dann gibt es verschiedene Aktivitäten und so. Aber ich denke halt nicht, dass man das dann oft macht irgendwie. Ich weiß nicht. Also ist das dann auch wieder so ein bisschen wie bei Stranger Will, dass man die Story durchspielt. Und ja, danach ist dann auch Feierabend so. Ich bin da bei euch. Also vielleicht als Gameplaypack cool so oder auch allgemein, dass man von mir aus gar nicht so ein Ferienlager hat, sondern einfach so ein Wasserparadies so mit Rutschen, dass man selber Rutschen bauen kann. So, das, das fände ich auch schon cool. Und das dann als Gameplaypack wäre, finde ich, in sich geschlossen. Aber als Erweiterung kann ich schon verstehen, wenn ihr sagt, da wären dann mehr Aktivitäten außerhalb schön. Das dann als richtige Hobby-Erweiterung so ist dann auch vielleicht in den Alltag ein bisschen besser integrierbar. Also ja, ich denke, das könnte schon was werden. Aber ich glaube halt nicht, dass es jetzt die Must-Have-Erweiterung irgendwie wird, die man unbedingt braucht, die tief in den Alltag eingreift. Ja, also wo du halt das mit Wasserpark sagst. Warum gibt es das einfach nicht als Freizeitpark-Erweiterung, wo du einfach nur einen Freizeitpark bauen kannst. Und dann kannst du halt da hin. Da ist was für Kinder dabei, da ist was für Erwachsene dabei. Das ist ja cool. Da kannst du deine eigene Achterbahn bauen. Und dann kannst du deine eigene Wasserbahn bauen. Punkt, auch vorbei. Da hast du nur ein Ding und Leute werden happy damit. Das ist so, da kannst du einfach irgendwie einmal im quasi Sims-Monat hin und alle sind super, super dabei. Also das frage ich mich halt eher. Warum machen sie das nicht? Aber Sandra, es gibt doch schon hier Freizeitparks mit Highschool-Jahren. Das ist doch ein Spaßfeuerwerk. Das ist ganz schlimm, ganz schlimm. Rabbit-Holes-Event, warum? Es gibt doch einfach den Leuten eine Möglichkeit, eine Achterbahn zu bauen. Und selbst wenn es dann ein Rabbit-Hole-Event wäre, dass du es halt nicht wirklich irgendwie nachfahren kannst oder so. Aber zumindest irgendwie so ein Vibe mehr davon und nicht so ein blöder Pia. Das ist auch nicht viel. Ja, ich bin mal gespannt, ob es diese Erweiterung schafft. Aber wir haben ja noch eine Erweiterung auf dem Plan. Ich habe schon im Vorhinein wahrgenommen, nicht wirklich euer Favorit. 80er, 90er, die Retrowelt mit Spielhallen, Comicläden, Gameboard-Café. Ja, könnt ihr das denn spezifizieren, was ihr an der Erweiterung doof findet, sage ich mal? Ich brauche das halt alles nicht. Also ich weiß jetzt nicht, was ich mit, warum ich jetzt meinen Sims beim Zeitungsaustragen irgendwie zuschauen sollte oder wozu ich jetzt ein Festnetztelefon brauche. Ich kenne ehrlich niemanden, der noch ein Festnetztelefon hat in meinem privaten Umfeld. Und ich brauche das dann auch schon gar nicht mehr in den Sims. Und belebte Einkaufszentren, ja, in die Sims 4 irgendwas belebt. Ich weiß ja nicht, kann ich mir nichts unter Maus stellen, wie das aussehen soll, wenn da irgendwie drei Sims rumlaufen. Deswegen ist das irgendwie, das klingt jetzt auch irgendwie so alles oder nix. Und da mal ein bisschen was und da mal ein bisschen was. Aber so wirklich ein großes Ding, wo ich denke, boah, das ist jetzt das zentrale Feature, wo ich mir denke, da gebe ich mir 40, da gebe ich gerne 40 Euro aus. Das lese ich ja irgendwie gerade nicht raus. Das ist eine Ansammlung von ein paar interaktiven Objekten, die du nutzen kannst. Und dann denke ich mir so, nee, danke. Ja, also wo ich das gelesen habe, habe ich halt gedacht, aha, sie wollen da an die Sims 2-Spieler halt wirklich ran. Also Sims 2 und Sims 3, die, also teilweise sagen ja auch Leute, hey, ich vermisse dieses Festnetztelefon von Sims 2. Das war so richtig nostalgisch und so. Ich kann mir vorstellen, dass sie an diese Spieler das irgendwie auch adressieren wollen, wenn die das vermissen. Ich finde witzig, dass Retro-Karrieren-Babysitter genannt werden. Also wenn ich das richtig gesehen habe. Ich weiß jetzt nicht, ob Babysitter Retro sind, aber okay. Gut, Einkaufszentren fände ich halt cool, wenn sie funktionieren würden, aber sehe ich nicht. Und wenn, Einkaufszentren ja bestimmt wieder Rabbit-Holes-Event und nicht, dass du wirklich in jeden Laden da reingewatschen könntest und kaufen kannst. Also es ist halt aus meiner Sicht cool, wenn sie es halt wirklich schaffen würden, diesen alten Vibe hoch wiederzubekommen, beleben zu können, aber nicht in Sims 4. Das ist das, wie? Also das, nee. Nee, auch wenn ich teilweise sehr nostalgisch bin und sehr oft denke, warum haben wir das nicht mehr in Sims 4, wie in Sims 1 diese geilen Luftballons oder, nee, Ballonmöbel da, die richtig geil sind, die am besten noch quietschen, wenn man da drauf sitzt. Die will ich zurückhaben, das wäre das beste Pack dafür. Aber auch ganz ehrlich, also alles andere ist so ... Und dafür eventuell ein Erweiterungspack, das ist aus meiner Sicht eher ein Gameplaypack. Da kann man ja auch jedes Jahrzehnt meines ... Also da kann man ja das alles abarbeiten dann. So ein 90er, dann ein 80er, 70er und so weiter. Je nachdem, was du willst, ein Gameplaypack raus, Punkt, aus, vorbei, aber ... Also ich glaube, die Erweiterung könnte Scham bekommen, wenn sich die Welt, die da beschrieben wird, einfach so ein bisschen anfühlt, wie wenn sie einfach aus der Zeit gefallen wäre, so halt wirklich 80er. Aber das könnte ich mir vorstellen, funktioniert in Die Sims 4 halt nicht, weil wir mit anderen Erweiterungen, ja, hier Roboter haben und die Sims sowieso nur am PC rumhängen, wenn sie zu anderen Sims aufs Grundstück gehen. Also ich denke, die Immersion würde halt einfach nicht funktionieren. Und ja, auch abgesehen davon, die Aktivitäten, also ich muss sagen, Einkaufen, Einkaufszentrum, wenn man in die Läden reingehen könnte, wäre das ein cooler Aspekt, wenn die Sachen, die man kauft, auch wirklich irgendwie sinnvoll sind. Was ich damit meine, zum Beispiel, dass man sagt, okay, die Sims können im Cars wirklich nicht mehr jegliche Klamotten auswählen, von mir aus auch optional einstellbar, sondern sie müssen in einen Store gehen, in verschiedene Stores dann in diesem Einkaufszentrum und sich da Schuhe zusammensuchen, Klamotten zusammensuchen. Und man kann dann so quasi so ein bisschen shoppen. Dann vielleicht nicht unbedingt, dass man dann immer jedes Mal in den Cars wechselt, so mit einem fetten Ladebildschirm und man da so rausgezogen wird, sondern ja, vielleicht so ein bisschen wie ein Andi Arbeit dann so Klamottenpuppen sieht, so vom Prinzip. Oder ja, von mir aus auch in der Benutzeroberfläche und da sich Klamotten zusammensucht, dann hätte das irgendwie einen Sinn, sage ich mal, das Feature so. Dann finde ich das vielleicht ganz cool, aber ja, auch sonst die anderen Aktivitäten, Arcade-Halle. Wir haben Arcade-Automaten. Ich kann mir eine Arcade-Halle in dem Sinne irgendwie bauen. Comic-Book-Store brauche ich jetzt nicht unbedingt. Gameboard-Café, das gleiche Spiel. Wir haben, also natürlich, okay, Gameboard haben wir, also so ein Tisch ist das wahrscheinlich, haben wir jetzt noch nicht so in der Art im Spiel, aber nee. Da kann ich ja mal ganz kurz eine spannende Umfrage mit einfließen lassen, weil wir können jetzt natürlich noch nicht prognostizieren, wie alle Simer, die Sims 4 spielen, so abgestimmt haben. Aber bei Sims Community gab es tatsächlich dazu schon eine Umfrage, wo einige mitgemacht haben. Das heißt, wir können ungefähr ableiten, was zumindest die Community gut fand, was sie nicht so gut fand. und da muss ich euch jetzt leider ein bisschen gruseln. Oh nee, komm, ich hab Angst. Genau, es haben ungefähr, ich glaub, 10.000 Leute abgestimmt. Das heißt, man kann es vielleicht grob schon irgendwie hochrechnen. Also Platz 1 war auf jeden Fall die Monarchie-Erweiterung. Oh Gott. Platz 2 kommt jetzt direkt die 80er, 90er-Welt, die wohl sehr weit vorne ist. Muss ich sagen, verstehe ich überhaupt nicht. Da gab es coolere Themen. Dann Platz 3 ist die Erweiterung mit dem kriminellen Gameplay. Das ist wohl sehr weit oben, finde ich okay. Platz 4 geht dann weiter mit dem Reisevan. Muss ich sagen, ja, kann ich jetzt auch nicht so ganz nachvollziehen. Dann kommt die erste Erweiterung auf Platz 5. Das war dann die Unterwasserwelt. Platz 6 ist dann die Hobby-Erweiterung mit Camp, diesem Adventure-Camp. Platz 7 ist dann die 3. Das ist dann, ah, das ist die Apokalypsen-Erweiterung. Und dann geht's weiter. Wir sind bei den letzten Plätzen angekommen. Pack 5, Pack 4, die Cyberpunk-Welt. Und auf dem letzten Platz tatsächlich war ja, glaube ich, auch, würde ich jetzt einfach mal so behaupten, unser Least-Favorite diese Naturerweiterung, wo man Dinge sammelt. So ist mal das grobe Meinungsbild, sag ich jetzt mal. Also Monarchie-Erweiterung auf die 1. Was wäre denn jetzt von denen euer Favorit gewesen? Also das Kriminelle und das mit dem Reisebus. So von den Ideen her, vom Potenzial her, finde ich das eigentlich schon mit am spannendsten. Bei der Monarchie weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob die Leute sich tatsächlich durchgelesen haben, dass es um die moderne Monarchie geht und das halt kein Sims-Mittelalter ist. Ja, da habe ich so ein bisschen Befürchtungen, was die noch gelesen haben. Oh ja, man kann da was mit König und sowas machen. Das klingt gut. Das erinnert mich an die Sims-Mittelalter. Das kaufe ich. Das möchte ich gerne nochmal haben. Und dann sitzt da ein Prinz Charles. Ja, ich denke fast auch. Also bei mir ist schon diese kriminellen Erweiterung relativ weit oben. Wenn wir es jetzt mal so sehen, Leben und Tod war eine Erweiterung, die jetzt plötzlich völlig aus dem Raster gefallen ist, meiner Meinung nach. Zu vermieten war echt nicht umfangreich, verliebt, hat es auch irgendwie versemmelt. Das hatte zwar ganz nette Ansätze, aber es war irgendwie auch klein. Und jetzt hat man gerade das Gefühl, Leben und Tod wird wieder eine große Erweiterung. Und es gibt mehr Aspekte, verschiedene Aspekte so. Und in dem Rahmen könnte ich mir schon vorstellen, dass diese Kriminalitätserweiterung einbrechen, dieses Zusammenspiel aus Polizei und Einbrecher, wenn da beide Aspekte so ein bisschen mit drin sind, eigentlich ganz cool werden könnte. Also ich würde auf jeden Fall auch sagen, Kriminalität wäre für mich ganz oben. Aber ich muss auch einfach mal sehr egoistisch sein. Und ich sage postapokalyptisches Überleben. Ich fände diese Idee richtig cool. Ich mag so einen Look der Stadt und ich würde es super interessant finden. Deswegen Postapokalypse auf die Nummer eins. Wird es bestimmt so eh nicht geben. Es ist mir egal. Es ist halt zumindest auch so ein bisschen übernatürlich, wenn sie halt auch in die Zombie oder was auch immer Richtung gehen. Und dann könnte es ja vielleicht sogar eine gute Qualität sein. Aber insgesamt muss ich sagen, bei vielen der Themen, die wir hier gesehen haben, muss ich so rein von der ersten Beschreibung her tatsächlich eher denken, ja, als Gameplay-Pack ganz gut. Als Erweiterungspack sehe ich das noch so gar nicht. Also da müsste auf jeden Fall sehr stark in der Detailausarbeitung rein investiert werden. Da bist du aber noch ein bisschen optimistisch. Weiß ich jetzt nicht, ob die da doch so richtig reingehen. Ja, ich hoffe und denke, beziehungsweise bei anderen, bei den alten Umfragen haben sie ja auch dann Teile tatsächlich dann auch für irgendwelche Features im Gameplay-Pack oder in dem Accessoire-Pack genommen. Also jetzt nicht das gesamte Thema, aber so einzelne Aspekte daraus. Mal gucken, was sie denn Schönes machen. Ich bin echt überrascht, weil die Themen alle relativ groß klingen, so wie sie beschrieben werden. Also ich denke, manche Erweiterung kann man auch gar nicht in der Größe, also wenn du jetzt eine Erweiterung machen willst mit Unterwasserwelt, du aber irgendwie nur das Budget hast, womit du anscheinend zu vermieten machen konntest. Wie soll das funktionieren? Also denke ich, das könnte, so wie es hier beschrieben ist, schon teilweise ganz cool werden. Aber ja, nochmal natürlich der Hinweis an der Stelle, das sind nur Ideen. Die Sims-Entwickler haben in der Vergangenheit auch öfters bei so Umfragen Aspekte sich rausgepickt, daraus dann doch ein Accessoire-Pack gemacht oder zwei Erweiterungen miteinander kombiniert und sich Aspekte rausgepickt. Das ist also wirklich nur eine Umfrage, um zu gucken, okay, wie ist das Stimmungsbild in der Community? Das so als kleine Randnotiz. Und ich bin vor allem sehr gespannt, wann uns das erste Erweiterungspack denn aus dieser Liste erwartet, weil rein theoretisch sammeln wir jetzt eine Weile und dann lassen sie sich hoffentlich nicht ein bisschen Zeit und bringen nicht in drei Monaten das Thema rum, weil dann kann es ja nur furchtbar aussehen. Das heißt, uns müsste eigentlich erstmal noch was erwarten, was nicht auf der Liste steht, weil jetzt kommt ja erstmal dieses hier Leben und Tod und dann kommt bestimmt noch ein Pack, was da nicht auf der Liste steht und dann könnte vielleicht so ganz langsam was aus der Umfrage kommen. Wer weiß. Wäre so eigentlich ganz logisch auf jeden Fall. Jetzt waren wir wirklich sehr viel in der Zukunft, aber wir erden uns hier wieder in der Gegenwart. Genau, mich hat schon gesagt, Leben und Tod ist ja jetzt hier auch bald am 31. Oktober da. Gibt es nächste Woche auch nochmal ein Gratis-Update, da bin ich auch sehr gespannt. Und Sandra, es war sehr schön, dass du hier mit dabei warst, deine Meinung geteilt hast. Irgendwie was, was tatsächlich, finde ich, jetzt sehr aspektreich, was wir hier so zu den Erweiterungen zusammengetragen haben. Vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit hier. Ja, ich habe mich auch gefreut. Vielen Dank für die Einladung und war sehr cool, auch eure Perspektive da zu hören. Und ich finde es sehr schön. Wir haben das, glaube ich, eine ganz gute Balance so geschafft von eher negativen und auch positiven Aspekten daraus zu arbeiten. Finde ich gut. Positiv ist natürlich auch immer ganz gut, auch wenn es manchmal was zu meckern gibt. Aber so ist das so bei den Sims. Am Ende fällt und steht natürlich alles eh mit der Umsetzung. Also da kann die geilste Idee ja noch so furchtbar umgesetzt sein. Wir müssen, glaube ich, an der Stelle keine Beispiele nennen. Schaut einfach, was in letzter Zeit bei den Sims rauskam. Dann wisst ihr, was wir meinen. Und was man aber positiv auf jeden Fall machen kann, ist, diesen Podcast hier bewerten auf eurer Lieblingsplattform. Lasst gerne einen Kommentar da, da freuen wir uns auch sehr. Lasst uns gerne wissen, auf welche von diesen Themen ihr euch denn am meisten freut. Und ja, schaut dann sehr gerne bei Sandra auf YouTube und TikTok vorbei, bei Lars auf YouTube und Instagram und TikTok und was er mich alles macht. Und bei mir, ich mache auch ab und zu mein YouTube-Video, aber ansonsten primär auf simtimes.de. Ich mag das schriftliche Wort noch etwas mehr als das Bewegtbild. Ich bin halb alt. Auf allen Plattformen hier vertreten. Genau. Ich höre hier schon im Hintergrund die Outro-Melodie spielen. Es war wieder sehr schön. Vielen Dank nochmal an Sandra an der Stelle. Und damit bis zur nächsten Folge von Sim gehört. Tschüss. 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 Das war es mit Sim gehört. Die nächste Ausgabe gibt es wieder in zwei Wochen. Wenn ihr euch für die Sims interessiert, schaut bei Simtimes und Simsblog vorbei. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020